Mein Name ist Steffi Lemker. Ich bin Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und für Die Grünen aus Sachsen-Anhalt Bundestagsabgeordnete. Ich bin Emanuel. Ich arbeite mittlerweile in der Grünen Landtagsfraktion als Referent für Umwelt, Landwirtschaft, Verkehr, Energie und Klima. Ich bin froh, dass ich jetzt auf Video auch hingekriegt habe, alles zu sagen. Also, mein Name ist Katja Wolke. Ich bin Sebastian Lüdecke. Ich komme aus dem Kreisverband Mannsfeld-Südharz. Mein Name ist Timo Gedlich. Ich bin Sebastian, Sebastian Striegel. Ich bin parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen Landtagsfraktion und seit 1998 bei den Grünen Mitglied. Ich bin Conny Lödemann. Ich komme aus Desseroßler, bin dort auch geboren. Ich bin Peter Rundkirchen. Ich bin Juliane Krause. Ich bin Miriam aus dem Kreisverband Saale-Kreis. Ich bin Angela Ufer. Mein Name ist Madeleine Winke. Ja, ich bin die Ramona. Ich komme aus dem Gerichtower Land und bin schon ewige Zeiten bei den Grünen. Ich komme aus einer kirchlichen Familie. Katholizismus in der DDR war also alles entsprechend kompliziert. Ich durfte auch in der DDR nicht studieren. Und das ist sozusagen der Anfang auch meines politischen Denkens. In der Wende da ein neues Forum, Bürgerbewegung, auf der Straße, hinter den Kulissen, all diese üblichen Sachen. Naja, ich bin wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt eines der langjährigsten Mitglieder, weil ich bereits bei der Gründung im Jahr 1989 dabei gewesen bin. Und für mich war das in der Wendezeit völlig selbstverständlich, zu den Grünen zu gehen. Ich komme aus der DDR, einem System, was ich politisch grauenhaft fand, wo es nur eine Meinung gab, die richtige oder die falsche. Und Partei war irgendwie immer ganz, ganz fern. Das war irgendwie, ich will nicht sagen, was ganz Schlimmes, aber das war auf jeden Fall was, was mit mir und meinem Leben nichts zu tun hatte. Da waren die Handlungsstränge eher Leute, die ich kannte, denen ich vertrauen konnte, mit denen ich gemeinsam auf einem konkreten Anlass hin etwas tun wollte. Als die Friedliche Revolution hier im Osten in Gang war und wir uns parteipolitisch und organisatorisch irgendwie zuordneten, da war für mich der Weg in die Bürgerbewegung ein klarer Weg, weil ich zu DDR-Zeiten nie in einer Partei gewesen bin. Und ich wollte mittun und ich wollte mitgestalten, denn ich glaubte, wer früher nicht ganz so aktiv gewesen ist in der DDR, und der hat jetzt die Aufgabe, jetzt auch mit anzupacken. Und da schieben mir Bündnis 90, die Grünen und alle Vorläufer genau die richtige Adresse zu sein. Und dann gab es mal so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall, wer ist jetzt dafür? Ich habe mich auch gemeldet. Na, natürlich, du kannst hier nicht mit abstimmen. Und ich, wieso? Ich bin doch immer dabei. Das war ja praktisch meine Idee. Na ja, du bist nicht Mitglied. Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn ich war vor 25 Jahren zum Gründungsparteitag der Grünen Bündnis 90 dabei in Leipzig. Und insofern habe ich heute große Emotionen hier. Ich habe mich vorher in einer Initiative engagiert, die sich auch in der DDR für Umweltschutz eingesetzt hat. Meine Mutter ist Biolehrerin, die hat uns als Kinder immer in den Wald geschleppt, fand wir damals vielleicht noch nicht so toll. Und politisiert worden bin ich, glaube ich, sehr stark durch mein Leben in Dessau, in meiner Heimat, wo auf der Mulde früher meterhohe Schaumkämme trieben, weil das der Abwasserkanal von Bitterfeld und Wolfen gewesen ist. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, na ja, also ich meine, du hast jetzt in der Wendezeit dafür gekämpft, dass wir dieses demokratische System kriegen. Der Träger dieses demokratischen Systems sind die Parteien. Und das, was da umgesetzt wird, das ist ja auch genau das, was du willst. Und wenn es dann nötig ist, dafür in eine Partei zu gehen, und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, was da auch so drin stand, und dachte ich, ja, okay, also in dem Fall, das ist mein Ding. Ja, ich bin in stürmischer Zeit zu Bündnis 90 Die Grünen gekommen, am Anfang zur Demokratie jetzt, dann zu Bündnis 90, und dann vor 25 Jahren dann zu Bündnis 90 Die Grünen, auch in Sachsen-Anhalt. Und ich hatte das Glück oder die Aufgabe, im ersten Landtag in Sachsen-Anhalt für Bündnis 90 Die Grünen zu sein. Eine spannende, aufregende Zeit. Und dann bin ich tatsächlich ein, zwei Tage später in dieses kleine Büro da von den Grünen gegangen und habe gesagt, ja, ich mache jetzt hier mit. Als die Wende kam, war ich unheimlich glücklich. Und mein Glück haben auch mehrere Leute bemerkt, die politisch interessiert waren. Und ich bin angesprochen worden von Heide Schorlemmer, die war damals im Frauenbund tätig, oder für den Frauenbund tätig, ob ich nicht auf einer Liste von Bündnis 90, nee, von Bündnis 90 mit der alternativen Liste West-Berlin kandidieren will. Auf einem Delegiertenrat wurde ich nominiert, Veranstaltungen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man eine solche Situation plötzlich hatte, dass man ihn abwesend hat, kriegte man hinterher einen Anruf. Also wir haben dich gewählt in die Liste rein und du bist es jetzt. Das war für mich eine völlig neue Welt. Ich war konfrontiert mit einer Liste, wo Männer- und Frauenplätze abwechselnd vergeben wurden. Das war für mich völlig neues politisches Denken und Handeln. Und ich bin dadurch auf die Liste gekommen als Frau und bin auch im Stadtbezirksparlament gelandet dann. Kommt noch dazu, dass ich damals in einer sehr geschachtelten Liste, denn es war geschachtelt zwischen den einzelnen Bürgerwägungen, zwischen den Grünen, gab es so, diese Bürgerwäge hat Platz 4 und Platz 8 zu besetzen und die haben Platz 3 und Platz 7 zu besetzen. Und für mich war das eine Geschichte, die stand gar nicht zur Diskussion, denn ich hatte auf der Gesamtliste durch diese Schachtelung Platz 11. Damit war es außerhalb jeder Gefahr, dass ich in den Landtag reinkomme. Da war ich nun 1991 bis 1993 und erlebte plötzlich eine ganz andere Art von Politik, die ich sehr sympathisch fand, sehr demokratisch fand. Aber, und das sind so die Geschichten, die nur die Wende schrieb, plötzlich, wenige Wochen vor der Landtagswahl, ruft mich ein Kollege an, der vor mir auf der Liste stand. Und ich fand mich in meiner Gruppe mit den Alternativen Grün von Westberlin und den Bündnis 90 Leuten gerade richtig am Platz. Und der hat dann die Bemerkung gemacht, er hätte gehört, Halle könnte Landeshauptstadt werden und dann müsste er hier oftmals eine Halle fahren und das bekäme er bei seiner Frau niemals durch und deswegen hat er kein Interesse mehr an einem Landtagsmandat. Und ich fand es sehr achtungsvoll, also sehr bemerkenswert, dass diese Partei sich Bündnis 90 die Grünen genannt hat, dass sie also das Bündnis 90 an erste Stelle gesetzt haben und überhaupt, dass es in dem Namen mit vorkam, finde ich großartig, wie vieles bei den Grünen. Und was bedeutet das für mich? Ich habe gefragt, ja, ich lasse mich streichen und du rückst dann entsprechend auf meinen Platz vor und plötzlich hatte ich Platz 4 der Landesliste und damit wurde es sehr ernst und ich bin dann in den Landtag gewählt worden. Mit Hängen und Würgen muss man dazu sagen, mit 5,1 Prozent haben wir dort einen Wahlabend erlebt, mit Höhen und Tiefen mal unter der 5-Prozent-Hürde, mal über der 5-Prozent-Hürde. Am Ende hat es geklappt, wir waren mit drin im Landtag. Und dass ich dort heute mit meinem Sohn baden gehen kann, auf der Elbe paddeln gehen kann, das wäre damals nicht vorstellbar gewesen, dass das eine so wunderbare Naturlandschaft wird. Deshalb bin ich bei den Grünen, damit das so werden konnte und damit das so bleibt. Ehrlich gesagt, ich bin ja länger grün, als es die grüne Partei gibt. Ich erinnere mich daran, wie ich 1976 im Regen, in der Kälte, vor der französischen Grenze stand und gegen Catenon, das Atomkraftwerk in Catenon, protestiert habe. Ich weiß gar nicht mehr richtig, warum ich zur grünen Hochschulgruppe wollte, aber ich wollte es auf jeden Fall sehr dolle, das weiß ich. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook noch in die Historie gucke von den Nachrichten, dann sehe ich immer noch Nachrichten von mir von vor 4 Jahren, oder fast 5 Jahren, glaube ich, in denen ich verzweifelt versuche, die grünen Hochschulgruppe im Café Zentral zu finden, was damals noch in der Leibnizstraße war. Und die waren immer irgendwie nicht da. Und ich war irgendwie zu der vorlesungsfreien Zeit irgendwie dort. Und komischerweise waren dann die Menschen immer zur Zeit, der Stammtitel ist nicht da. Und da sind verzweifelte Nachrichten so, ich versuche schon zum dritten Mal am Stammtisch zu kommen, aber immer ist keiner da. Ich sollte erzählen, wie ich zu den Grünen gekommen bin. Und zwar hat mich meine Tanzpartnerin in Mannheim mit zur grünen Jugend genommen. Und die war zu diesem Zeitpunkt nicht so gut organisiert. Und das fand ich ganz schrecklich, weil ich dachte, da muss man noch mal ein bisschen was machen. Aber so richtig in die Partei eingetreten bin ich erst 2007, weil ich einfach als Wissenschaftlerin ganz viele wechselnde Wohn- und Arbeitsorte hatte. Und dann eingetreten tatsächlich Beginn des Jahres 2018. Nicht, das ist immer sehr lustig, weil das zur gleichen Zeit war, wo sehr viele Leute in die SPD eingetreten sind. Aber ich bin bei den Grünen eingetreten. An meinem zweiten Tag in Magdeburg bin ich in die LGS damals noch außerparlamentarische Opposition zu Wolfram und Uwe gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt mit und das wird super. Und im Dezember bin ich zur Klimaschutzdemo nach Kopenhagen gefahren und habe auch einen Bericht für die Homepage geschrieben. Und das war der Anlass, wo ich dann auch in die Grünen eingetreten bin. Naja, und dann ging es natürlich ganz schnell in die Verantwortung. Stadtverband, Landesfachgruppe Bildung, Landesvorsitzende, Spitzenkandidatin, Fraktionsvorsitzende. Also meine Anfänge in der Grünen Partei hier bei uns in Sachsen-Anhalt ist halt geprägt durch die außerparlamentarische Opposition, als wir wenig Leute waren, wenig Geld hatten, wenig Unterstützung hatten. Und umso mehr ist natürlich für mich prägend der März 2011, als wir dann endlich nach 13 Jahren wieder in den Landtag gekommen sind. Also ich muss zugeben, dass ich während meiner Schulzeit nicht sehr politisiert war. Das fing dann im Abitur, so 2013, 2014 an. Und letztendlich, als dann die AfD hochkam, war das dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich mich auch irgendwo beteiligen, um dagegen zu steuern. Was hatte ich politisiert? Ich war schon immer politisiert. Ich war nur noch nie aktiv in einer Partei, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und nur war aber der Leidensdruck so hoch durch den Einzug der AfD, dass es jetzt kein Wenn und Aber mehr gab. Ich habe mich beworben für ein Praktikum in der Landesgeschäftsstelle, was mir super gut gefallen hat, weil man sehr herzlich aufgenommen wird und sofort integriert und es da überhaupt keine Berührungsscheu gibt. Und danach habe ich mir gedacht, da musst du jetzt einsteigen, das macht dir so viel Spaß. Und deshalb bin ich eingetreten und es ist ja bei den Grünen so einfach, wenn man etwas machen will, dann bestehen auch hier sofort sämtliche Möglichkeiten, alle Türen. Und das hat mir einfach noch mehr Motivation gegeben. Ich engagiere mich jetzt in der Landesfachgruppe Frauen. Da machen wir frauenspezifische Themen. Da geht es zum Beispiel um Frauenarmut und um Gewalt an Frauen. Und ganz wichtiges Thema Frauen in kommunaler Politik, denn da müssen wir auch kräftig vorantreiben, damit Frauen endlich mal mehr Stadträte besetzen. Und gerade für Frauen gibt es in keiner anderen Partei so viele Möglichkeiten, weil wir einfach auch die sind, die wirklich ganz offensiv Frauen fördern. Und ich hoffe, dass das auch die nächsten 25 Jahre hier im Land nicht nur weitergeht, sondern auch noch mehr wird. Ich glaube im Sommer 2010 auf einem Parteitag in Magdeburg. Es war unfassbar warm. Es war gleichzeitig irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe damals in Mannheim gelebt und ich habe in der Nähe einer Kaserne gewohnt. Wir haben da völlig unter uns getagt, aufgrund dessen, dass eben Fußball gespielt worden ist. Und was total Bemerkenswertes passiert. Da war so eine Gruppe von jungen Delegierten, angeführt von einem damals 14-Jährigen. Und der hatte die Idee gehabt, wir wollen statt eines verpflichtenden Ethikunterrichtes Werteunterricht einführen. Als der Irakkrieg dann anfing, haben wir vor dieser Kaserne eben demonstriert. Ich habe dort die Grundjugend auch gesehen, wie sie damit demonstriert hat. Und dadurch bin ich eigentlich zu der Partei gekommen. Und er war wenige Wochen erst in der Partei, hat da eine fulminante Rede gehalten und hat sich durchgesetzt. Niemand kannte den, hat aber mit guten Argumenten es geschafft, sich da durchzusetzen. Und das fand ich total beeindruckend, dass die Bündnis 90 die Grünen eine Partei in Sachsen-Anhalt sind, die das einzig und allein nach dem inhaltlichen Wert, dessen beurteilt hat und nicht wer da redet. In den vielen anderen Parteien ist es so, da kann man Abstimmungen nur gewinnen, wenn man einige politische Schwergewichte auf der eigenen Seite hat. Also ich bin in Hannover geboren, also keine Ostdeutsche per Geburt und habe jetzt immer noch wieder diese Erlebnisse, dass ich, wenn ich bei uns gerade in der Fläche unterwegs bin, mache viel für Seniorenvereine und dann kommt, ach Mensch, von den Grünen, wo sind sie denn geboren, noch nicht mal hier geboren und dann redet man eine Stunde und am Ende heißt es dann, okay, obwohl sie eine Grüne sind und obwohl sie nicht in Ostdeutschland geboren sind, sind sie ja trotzdem ganz nett. Ich bin 1998 zu den Grünen gekommen, nachdem ich vorher schon eine Reihe von Dingen im Umweltbereich gemacht habe. Ich habe mich mit Klassenkameraden, Freunden begonnen, als eine Bohrinsel versenkt werden sollte, in der Nordsee für Umweltschutz zu engagieren. Wir haben gegen diese Versenkung protestiert. Den entscheidenden Ausschlag hat dann ein trauriges Ereignis gegeben. Das war die Krebserkrankung meines Großvaters, der mir im Krankenhaus berichtet hatte, dass er mal, er war Lehrer und war in Verdun und hat dort eine Bildungsreise unternommen und hat von den Eindrücken erzählt und dass er sich selbst damals geschworen hat, dass er nie wieder so eine Tragödie zulassen will. Ja, also ich bin so eine richtig durch und durch Naturschützerin, die manchmal eben auch vor einigen Zäunen nicht Halt macht im Sinne der Sache. Und wenn man so viel Aktionismus an den Tag legt, braucht man manchmal Freunde, gute Freunde. Und weil er es nicht mehr weiterführen konnte, weil er dann relativ kurz danach gestorben ist, habe ich für mich gesagt, ich möchte dieses Versprechen weiterführen und habe eben in der Politik die größte Wahrscheinlichkeit dafür gefunden. Und ich bin 1998 bei den Grünen Mitglied geworden, eigentlich aus Ärger über die Grünen. Die Grünen sind 1998 aus dem Landtag geflogen in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, das lag nicht unwesentlich daran, dass sie eine Bildungspolitik gemacht haben, die ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht überzeugend fand als Schüler, als auch Betroffener von dieser Bildungspolitik. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich in die Partei eingetreten bin bei den Grünen. Und da jetzt seit zwei Jahren, wir müssen Unruhe sorgen. Vor der Bundestagswahl 2013, da war ich noch in der Schule. Und da sollten wir im Sozialkundeunterricht Vorträge über die einzelnen Parteien halten. Und bei mir auf dem Heimweg nach Hause lag das Büro von Sebastian Striegel. Wie bist du denn ganz konkret zu deinem Kreisverband gekommen? Darüber, dass mir wirklich konkret Hilfe angeboten wurde, dass man gesagt hat, Mensch, wenn du so tapfer bist, pass auf dich auf. Und wenn du Hilfe brauchst, wir wären eine gute Truppe, wir würden dich aufnehmen und wir helfen dir. Und dann habe ich zu meiner Gruppe gesagt, ja Leute, hier, wir nehmen die Grünen. Da ist das Büro bei mir auf dem Weg nach Hause. Da kann ich ja mal hingehen und uns irgendwelches Infomaterial holen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und da war man dann auch sehr bemüht darum, dass unser Vortrag gut wird. Also ich habe dann da viele Fragen gestellt. Und dann sind mir die Grünen im Wahlkampf über den Weg gelaufen. Ich habe lange mit damals Oliver Pausen in Halle diskutiert. Und am Ende habe ich gesagt, naja, also diskutieren ist das eine, sich ärgern ist das eine. Wenn man was ändern will, dann muss man da Mitglied werden und muss sich engagieren. Die Grünen flogen 98 aus dem Landtag. Ich bin 98 Mitglied geworden. Ich bin in einem kleinen Dorf großgewachsen und bin immer mit dem Bus zur Schule gefahren. Lange Wege, weite Strecken. Und in den 90ern wurde dann gegenüber von der Bushaltestelle, wo immer mein Bus losgefahren ist, ein Haus umgewidmet als Flüchtlingsunterkunft. Und da gab es dann einen Brandanschlag drauf. Dann habe ich natürlich auch noch andere Parteien angeguckt, die so in die Richtung gingen. Also so Linke, SPD, weil halt auch meine Großeltern in der SPD sind. Und von daher Politik irgendwie immer schon eine Rolle gespielt hat. Und das war so der Moment, wo ich als Teenager gedacht habe, das kann nicht sein, sowas passiert in meinem eigenen Dorf. Und habe gedacht, so sowas will ich nicht weiter einfach akzeptieren. Haben wir eine Schuldemo mit organisiert. Aber die SPD hat dann doch so ein Stückchen abgeschreckt, weil die immer gleich schon mit dem Zettel da stand und gesagt hat, ja, dann werd doch Mitglied und mach und wir brauchen junge Leute und wir brauchen Frauen und immer schön Mitglied werden. Und das war halt bei den Grünen nicht so. Da stand niemand da und hat gesagt, ja, du kannst jetzt hier nicht weitermachen, wenn du nicht Mitglied wirst. Und dann habe ich mir das erst mal ein Jahr angeguckt. Und ja, das war dann so eine Mischung aus Themen und Personen. Weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, gut, ich habe mir das lange noch angeguckt. Jetzt kann man ja mal Mitglied werden und mitmachen. Und das hat mich eigentlich dann richtig politisiert, obwohl ich vorher schon gerade am Umweltschutz, im Greenpeace-Team sehr interessiert war. gesagt habe, so, jetzt will ich mich mit einmischen und erst als Journalistin und dann bin ich in die Partei eingetreten und habe gesagt, wir müssen richtig was ändern. Ich bin jetzt mal ein, das ist 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 ein